Hallo meine deutsche Freunde, wie geht es dir? Mein Name ist Dern und ich will nur Hallo aus Amerikan sagen. Ich bin Amerikaner, der Deutschland, das ist die Schönheit des Landes und das Beste aller Deutschland liebt. Bitte entschütigen Sie mein Deutsch. Ich bin klein fluent, aber ich würde es. Ich würde freuen, wenn die Quadratus, wobei ich damit ich wohne, zu Hause in Deutschland zurückkehren kann. Ich wünsche Ihnen um den deutschen Volk. Alles gut und freue mich auf meinen nächsten Besuch in schönem Land Deutschland. Ich hoffe, dass Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren damit Sie meine Reisen in ein schönes Land sehen können. Danke schön, Tschüss!